die ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd und so mario ich darf dieses spiel nicht zu lange spielen es geht mir voll auf die nerven ich fange an zu weinen oder so mario als klempner musst du doch auch in solche löcher rein 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 wieso klappt das eigentlich jetzt alles nicht mehr was ebenso toll geklappt hat ich habe dieses level komplett einmal hinter mir da rein speichern hier rüber hier springen und hier rein perfekt dann hier rüber war la 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 de la 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 wey und da rein hier unter runter und darunter unter hoch und da auf die mitte und hier oben da runter und nach rechts rüberziehen dann hier ich sagte und auf die fröhlichen wäckchen happy cloud fröhliche wolke doch für mich das tust du so super ich bin stolz auf dich meine kleine wolke und wir wollen den nächsten teil moment welcher war der schlimme sprung nicht der hier was der hier quatsch der hier habe ich den gemacht habe ich den gemacht okay hier wollten wir so irgendwie rein rein dann kam hier das loch des todes hier kann doch mal das loch des todes das gar nicht so tödlich ist wie man denken mag und wir wollen hier hoch und gleich kommt er zu alle die mir darüber mario 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 perfekt und sprünge treppen 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 das ist unglaublich stoppt da hoch da hoch da hoch und nein genau jetzt kommt hier der bosskampf nämlich keine ahnung ab wie dieses ding geht mit dir komme ich da irgendwie hoch so komme ich an dem blog dran so ein wie ich ihn bräuchte aber die kann ich dann hier im kreis die ganze zeit treffer ich brauche ein blog und dann will ich hier rum damit eigentlich treffen und dann will ich wieder rum ich will im kreise gehen okay wenn ihr einmal raus hat ist der bosskampf nicht schwer das war glück das war glück man dreht sich einfach mit seinen freunden hier im kreis drehe ich im kreis seht ihr auch diesen unsichtbaren geister das echten unsichtbarer geist schallalala 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 drei treffer tot sieg und ich wollte gerade fragen mich für treffer braucht ihr denn noch der der tippte der schade okay hier ist das nächste geheimnis für uns es ist mushroomisch kingdom auch das level werden wir uns ich guck mir kurz an was ist das hier ist das ist das ist das echt was ich denke was es ist es ist ein remake des 1 1 ok das machen wir auch später wir machen jetzt die grube der fünf prüfungen